Die Bauartbezeichnung von Triebfahrzeugen ist der Überbegriff verschiedener Benennungssysteme der diversen Schienentriebfahrzeugbauarten. Am weitesten verbreitet sind die auf der Achsfolge aufbauenden Systeme. Damit können die sehr unterschiedlichen Achs- bzw. Radsatzanordnungen von Lokomotiven und Triebwagen in kurzer Form alphanumerisch dargestellt werden. Es haben sich verschiedene Systeme zur Kodierung der Achsfolge herausgebildet. Zum heutigen internationalen Standard hat sich das erstmals 1908 vom Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen definierte System entwickelt, welches vom Internationalen Eisenbahnverband UIC im UIC-Kodex 612 ab 1. Januar 1983 im UIC-Kodex 650 festgehalten wird, VDEV, VMEV, UIC-System. Durch dieses System werden fast alle heute im Einsatz befindlichen Bauarten abgedeckt. Systematik und Beispiele grundsätzliche Bedeutung. Die Anzahl und Reihenfolge der Achsen wird von vorn nach hinten angegeben. Nicht angetriebene Achsen, sogenannte Laufradsätze, werden durch arabische Ziffern bezeichnet. Triebradsätze erhalten lateinische Großbuchstaben. Daher ergibt sich 1, 2, 3. Anzahl der vorlaufenden und oder nachlaufenden Laufachsen A, B, C, ohne Zusatzanzahl von gekuppelten bzw. gemeinsam angetriebenen Achsen in einem Rahmen- oder Drehgestell entsprechend der Alphabetstelle mit Zusatz O. Anzahl von einzelnen angetriebenen Achsen entsprechend der Alphabetstelle. Jede Achse verfügt über einen eigenen Fahrmotor. Ein Apostroph kennzeichnet beweglich gelagerte Achsen bzw. Achsgruppen von Lauf- oder Kuppelachsen. Wenn Lauf- und Kuppelachsen sich zusammen in einem gemeinsamen Rahmen bzw. Drehgestell separat von weiteren vorhandenen Achsgruppen befinden, werden sie in Klammern gesetzt. Ein Pluszeichen markiert die Trennstelle in der Achsfolge bei betriebsmäßig ständig zusammengehörigen Einzelfahrzeugen. Ein Halbgeführtstrich wurde früher verwendet, um auf eine vorhandene Kurzkupplung zwischen den Drehgestellen hinzuweisen. Eine Dampflokomotive mit vorauslaufendem Zweiachsdrehgestell. Gefolgt von drei gekuppelten Treibachsen und zum Schluss mit einer beweglich gelagerten Laufachse ist demgemäß eine 2C1-Lokomotive. Die Krokodillokomotive CE6-Achtel II der SBB wurde früher mit 1CC1 bezeichnet. Um auf die Kurzkupplung zwischen den beiden Triebgestellen hinzuweisen und anzugeben, dass keine Zugkräfte durch den Lockkasten geleitet werden. Später hat sich für diese Bauart die Bezeichnung durchgesetzt. Zusatzkommentare zu O. Nicht gekuppelte Antriebsachsen werden durch die Ziffer 0 gekennzeichnet. Da Schreibmaschinen früher über keine Type für die 0 verfügten, wurde dieses durch den kleinen Buchstaben O ersetzt. Was sich auch im Sprachgebrauch durchgesetzt hat. Die meisten neueren Elektro-Lokomotiven verfügen über einen Einzelachsantrieb. Womit eine sechsachsigen Lokomotive mit zwei Drehgestellen die Achs vollgekuckert hat. Die Aussprache nach der Norm wäre C0-C0'. Häufig wird aber die Apostrophe weggelassen und die 0 als Buchstaben U gesprochen, womit C-U-C-U entsteht. Noch häufiger werden die einzelnen Buchstaben zu einem Wort zusammengebunden, wodurch die sehr kurze Bezeichnung C-U-C-U entsteht. Diese Lokomotiven haben also zwei Drehgestelle. Mit je drei Antriebsachsen, mit eigenem Fahrmotor je Antriebsachse. Punkt. Zusatzkommentare zu und manchmal werden die Apostrophe weggelassen, was jedoch zu Unklarheiten führen kann. Bei einer 2D1 ist aufgrund der konstruktiven Grenzen in der Regel davon auszugehen, dass es sich um eine 2D1 handelt. Bei einer 1B oder auch einer 2B1 kann es sich auch um eine 1B bzw. eine 2B1, 2B1 oder 2B1 handeln, bei der eine oder alle Laufachsen im selben Rahmen wie die beiden Antriebsachsen liegen. Eine Klammer für eine gemischte Gruppe aus Lauf- und Kuppelachsen kann technisch dasselbe bedeuten wie ein Apostroph für eine reine Gruppe von Lauf- oder Kuppelachsen. So wurde die Baureihe Nohapa A16 in den Varianten Q und gebaut, die sich lediglich darin unterscheiden, ob die mittlere Achse der beiden Drehgestelle angetrieben ist oder nicht. Andererseits können Klammern und Apostrophe auch kombiniert werden. Wobei dann ein Apostroph für eine bewegliche Achse innerhalb eines gemeinsamen Rahmens bezeichnet, beispielsweise. Hinter einer Klammergruppe ist kein Apostroph nötig, obwohl man es häufig sieht. Das letzte Beispiel würde somit fälschlich geschrieben. Punkt. Triebwagen Triebwagen bestehen häufig aus zwar fest miteinander verbundenen, aber dennoch theoretisch trennbaren Wagen. Sind diese Einheiten im normalen Betrieb getrennt nicht sinnvoll einsetzbar? Wird die Grenze zwischen zwei einzeln verfahrbaren Teilen einer Lok oder eines Triebwagens durch ein Pluszeichen kenntlich gemacht? Sind Triebwagen in einem Triebwagenzug aber auch einzeln einsetzbar, bevorzugt man häufig die Betrachtung als einzelne Fahrzeuge. Sind die Einheiten nur unter Einsatz technischer Hilfsmittel trennbar? Zum Beispiel wenn sie sich auf gemeinsame Jakobsdrehgestelle abstützen oder schwebende Mittelteile besitzen, werden sie als ganzes Fahrzeug betrachtet. Die Verwendung eines Querstriches über der Achsbezeichnung des Jakobsdrehgestelles, wie er vom UIC-Kodex 650 vorgesehen war, hat sich nicht durchgesetzt. Wenn in einem Drehgestell sowohl angetriebene als auch nicht angetriebene Achsen vorkommen, werden die Angaben mit Klammern umschlossen. Hierzu zwei Beispiele. Die Achsfolge des Neigetechnik-Triebwagens Baureihe 610 ist 2. Plus der Triebwagen besteht aus zwei Teilen. Im ersten Wagenteil gibt es ein Drehgestell mit zwei Laufachsen und ein Drehgestell mit einer angetriebenen und einer nicht angetriebenen Achse. Im zweiten Wagenteil finden wir zwei Drehgestelle mit je einer angetriebenen und einer nicht angetriebenen Achse. Die Reichsbahn-Schnelltriebwagen der Bauart Leipzig hatten, je nach Antriebstechnik, die Achsfolge B2-2-B bzw. 2-Bobo-2. Der Triebwagenzug besitzt an den äußeren Enden normale Drehgestelle, während sich die Wagenenden im Inneren jeweils auf ein gemeinsames Drehgestell abstützen. Wobei sich bei hydraulischer Kraftübertragung die angetriebenen Achsen im Motordrehgestell befinden, während die vier Elektromotoren wegen der besseren Massenverteilung in den Jakobsdrehgestellen saßen. Einige weitere Fahrzeugkombinationen führen allerdings zur selben Darstellung. Sie kann unter anderem auch ein Fahrzeug bezeichnen, bei dem zwischen zwei normalen Drehgestellwagen ein dritter Wagenkasten ohne eigene Achsen aufgehängt ist. Wie es bei Straßenbahnen nicht ungewöhnlich ist. Grenzen und Sondervarianten, seitenverschiebbare Achsen und spezielle Anordnungen wie das Kraushelm-Holzgestell lassen sich nicht darstellen. Auch nicht die bei modernen Triebwagenzügen oft verwendeten Jakobsdrehgestelle. Heute sind die häufigsten Achsfolgen B, B und C, C bei dieselhydraulischen Lokomotiven und B0, B0 oder C0, C0 bei Elektro-Lokomotiven und diesel-elektrischen Lokomotiven. Bei Triebwagen sind Achsfolgen mit Laufachsen häufig. Auch die Nohabdiesel-Lokomotiven der ehemals dänischen Baureihe Reihe Mai haben eine Achsfolge mit Laufachsen um die Achslast der Lokomotive zu verringern. Kennzeichnungen für Hilfsantriebe und Zahnrad-Lokomotiven Vereinzelt gab es Dampflokomotiven, die für einzelne Achsen zuschaltbare Hilfsantriebe hatten. Solche Achsen mit Hilfsantrieb werden manchmal mit kleinen Buchstaben gekennzeichnet, Beispiel 2 bar. Da sich diese Zusatzantriebe nicht durchsetzten, blieb ihre Kennzeichnung in der Achsformel weitgehend unbekannt. Zahnradantriebe werden mit Z gekennzeichnet. Entweder schreibt man für jedes Zahnrad ein Z oder man zählt die Zahnräder mit kleinen Buchstaben, allenfalls mit nachgestelltem Z. Eine laufachslose, dreifach gekuppelte Dampflok mit zwei Zahnrädern wird demnach als CZZ oder CBZ oder CB bezeichnet. Zusätze zur Achsfolge für Dampflokomotiven Für Dampflokomotiven haben sich hauptsächlich im deutschen Sprachraum einige Erweiterungen des VMEV-Systems durchgesetzt, die die Bauart einer Lokomotive näher beschreiben. Diese Zusätze werden durch Leerzeichen oder Bindestrich an die Achsfolge angehängt. Diese und ähnliche Zusätze waren zwar auch in anderen Ländern üblich, da sie sich aber an der Landessprache orientierten. Konnten sie nicht allgemein gültig sein? Dampffahrt H ist gleich Heißdampf N ist gleich Nassdampf Die Zahl hinter der Dampffahrt gibt die Zylinderzahl an. Ein V hinter der Zylinderzahl kennzeichnet Verbundmaschinen. Beispiel 2C1N4V ist eine Nassdampf-Vierzylinderverbund-Lokomotive 1EH3 ein Heißdampf-Drilling Manchmal wird eine Tender-Lokomotive durch ein angehängtes T gekennzeichnet. Ein möglicherweise mitgeführter Schlepptender zählt streng genommen nicht mehr zur Lokomotive. Hierfür werden jedoch oft Angaben angefügt, etwa nach dem Muster Plus 2, 3T38L, was im Klartext bedeutet. Mit Tender, Achsfolge 2 Laufachsen im Drehgestell und 3 feste Laufachsen, Tankinhalt 38 m³ Wasser-Brennstoff-Tank für Öl. Die Brennstoffmenge wird meist nicht angegeben. Die vollständige Bezeichnung für die Dr. Baureihe 02 mit Vierzylinderverbund-Triebwerk und dem vierachsigen 32 m³ Einheitstender wäre demnach 2C1H4V plus 2 2T32 Zusätze zur Achsfolge für Triebfahrzeuge mit Verbrennungsmotor Für Lokomotiven und Triebwagen mit Verbrennungsmotor findet man manchmal folgende Zusatzbezeichnungen Treibstoff D ist gleich Diesel, B ist gleich Benzin Kraftübertragung M ist gleich mechanisch, E ist gleich elektrisch, H ist gleich hydraulisch Beispiele A1, Bm, B, B, D, H, B0, B0, D Werden Drehgestelle gemeinsam angetrieben, kann die Achsfolge unterstrichen sein Hiervon am häufigsten B, B ist gleich zwei zweiachsige Drehgestelle, die zusammen angetrieben werden beispielsweise durch Gelenkwellen von einem gemeinsamen Getriebe aus Zusätze zur Achsfolge für Elektrotriebfahrzeuge Kaum gebräuchlich sind die Zusatzbezeichnungen für Elektrotriebfahrzeuge Stromart G ist gleich gleich Strom W ist gleich Wechselstrom D ist gleich Drehstrom Die Zahl hinter der Stromart gibt die Motorzahl an Antriebsart K ist gleich Kurbelantrieb ohne Vorgelege U ist gleich Kurbelantrieb mit Vorgelege E ist gleich Einzelachsantrieb mit im Rahmen gelagerten Motoren T ist gleich Tatzlagerantrieb Gf ist gleich Einzelachsantrieb mit im Drehgestell gelagerten Motoren mit gefedertem Antrieb Beispiele 1T01W4E, B0, B0, W4GF Der praktische Wert dieser Zusatzangaben ist gering Bei der Stromart ist nicht klar, ob die der Fahrleitung oder die der Motoren gemeint ist Weitere Bezeichnungssysteme Schweizer System Das Schweizer System, das bis 1924 auch in Bayern verwendet wurde, beruht auf dem Kupplungsverhältnis Dabei handelt es sich nicht um ein System zur Beschreibung der Achsfolge Es wird nur in Form eines Bruches das Verhältnis der angetriebenen Achsen zur Gesamtachszahl angegeben Eine Dreisechstel gekuppelte Lokomotive könnte eine 2C1 oder eine 1C2 oder theoretisch jede beliebige sechsachsige Lok mit drei Treibachsen sein In Bayern und der Schweiz wurde das Kupplungsverhältnis als Bestandteil der Baureihenbezeichnung verwendet Die bayerische S3 Sechstel war eine Schnellzykloak mit der Achsfolge 2C1 Bei der schweizerischen CE 6A2 handelte es sich um das berühmte Schweizer Krokodil mit der Achsfolge amerikanisches Namenssystem Für bestimmte Achsfolgen haben sich im nordamerikanischen Eisenbahnwesen bereits im 19. Jahrhundert Namen eingebürgert Diese Namen fanden aus Nordamerika kommend auch in Europa Verwendung, wenn auch nicht als formelles System oder offizielle Bezeichnungen Eine Lok mit der Achsfolge 1D heißt beispielsweise Consolidation Den höchsten Bekanntheitsgrad, auch außerhalb von Eisenbahnerkreisen, hat die Bezeichnung Pacific für die Achsfolge 2C1 Die zum Beispiel auch im Titel Pacific 231 des Orchesterwerk von Arthur Honeggers vorkommt Weitere bekannte Bezeichnungen sind Atlantic für Lokomotiven mit der Achsfolge 2B1 oder 2B1 sowie Prairie mit der Achsfolge 1C1 Im deutschen Sprachraum manchmal auch als Prairie bezeichnet Laufachslose Lokomotiven werden nach der Räderzahl mit dem Zusatzswitcher bezeichnet Zum Beispiel Six-Wheel-Switcher für eine Lokomotive mit der Achsfolge C Lokomotiven ohne Vorlaufachsen, die über eine Schleppachse oder Nachlaufachse verfügen und somit die Achsfolge B1, C1 und so weiter haben Erhalten die Bezeichnungen Four-Coupled and Trailer, Six-Coupled and Trailer und so weiter Die Achsfolgen B2, C2 und andere ähnliche Achsfolgen mit Schleppdrehgestell heißen Four-Ni-Four-Coupled, Four-Ni-Six-Coupled und so weiter Im Laufe der Zeit wurde das System immer unübersichtlicher und man ging zur White-Annotation über Einige Namen wie Sowjet für die sowjetische 2G2-Lokomotive oder Adriatic für die österreichischen 1C2 sind Nachschöpfungen White-Annotation, die nicht nur in den USA und Großbritannien, sondern auch allgemein im englischen und im gesamten spanischen Sprachraum sowie in Kanada und Brasilien gebräuchliche White-Annotation zählt bei Einer Lokomotive die aufeinanderfolgenden Laufräder und Treibräder unterschiedslos mit arabischen Ziffern in der Reihenfolge von vorn nach hinten Mit Trennstrichen zwischen den Radsatzgruppen Die 1900 vorgeschlagene White-Annotation wird nur für Dampflokomotiven angewendet, für elektrische thermische Lokomotiven wird auf dem amerikanischen Kontinent die A-Klassifizierung verwendet Brasilien verwendet sowohl die A- sowie die UIC-Klassifizierung Normalerweise kommt ein nicht offizielles, aber allgemein übliches auf der britischen Vereinfachung der UIC-Klassifizierung beruhendes Mischsystem zwischen A und UIC zur Anwendung Beispiele Eine Dampflokomotive nach der UIC-Achsfolge 2 D1 H2 wäre nach dem White-A-System eine 482 Eine D2 H4 mal E-Lok ist eine 2884 nach White Das White-A-System berücksichtigt, dass bei Dampflokomotiven vor und hinter den Treibrädern noch Laufräder vorhanden sein können Falls dies nicht gegeben ist, wird hier eine 0 gesetzt Eine Dampflokomotive nach der UIC-Schreibweise 2 C wäre nach dem White-A-System eine 4-6-0 einer E entspricht 0-1-0-0 Bei Gerad-Lokomotiven hat man das System auf beide Triebwerksgruppen getrennt angewandt und sie durch ein Plus verbunden Die bekannte Klasse GMA GMA M der südafrikanischen SAR trägt nach UIC die Bezeichnung Die White-A-Notation lautete 4-8-2-plus-2-8-4 Französisches System Das französische Achsformelsystem ist ähnlich wie das englisch-amerikanische Zählt jedoch die Achsen anstatt der Räder und verwendet keine Trennstriche Eine 2-D1-Lokomotive wäre nach dem französischen System eine 241 Nach diesem System hat die SNCF auch ihre Baureihen bezeichnet, zum Beispiel 221 A oder 240 P Das französische System ist auch in Spanien und Russland gebräuchlich Türkisches System Das türkische Achsformelsystem besteht aus zwei ein- oder zweistelligen Zahlen, wobei die erste Zahl die Anzahl der Treibachsen Die zweite Zahl die Gesamthachsenanzahl angibt Wie in Frankreich wird auch in der Türkei die Klassifizierungsnummer als Baureihenbezeichnung verwendet So ist eine 2-D1-Lokomotive nach französischem System eine 241 und nach White-A-System eine 4-8-2 nach türkischem System eine 47 Das System gibt keine Auskunft über die genaue Achsfolge Eine 46 kann BSPW eine 2-D-Lokomotive oder eine 1-D1-Lokomotive sein Gegenüberstellung der Systeme Gegenüberstellung der Systeme